moin moin hier ist wieder euer robin für euch ja es geht um bloons td6 ich möchte auf eure kommentare eingehen ulm kind der boss hat tarnung kamu denn schiff 42 kann das nicht schaffen das 402 ging schon okay das heißt ich sollte mir das aufschreiben wenn mein stift schreiben würde heute ist wieder so ein tag dem stift ist auch zu warm schiff 402 okay gut dann haben wir eine zweite sache guck immer welche helden zur auswahl stehen in dieser boss weg gibt es benjamin erzählten einer der besten helden für bosse wenn du nicht sogar der beste nach geraldo so da war benjamin ich habe kein geld sie haben aktuell 7200 3000 habe ich ich habe aktuell so jetzt muss ich einmal kurz rein tappen ich habe quincey ich habe pyroman ich habe striker jones und ich habe obi green food so sieht nämlich aus ich probiere es jetzt noch einmal mit dem schiff ich würde es jetzt noch einmal mit quincey probieren aber so 0 2 ok vielleicht klappt es jetzt besser also schiff 402 ok so nein ich wollte hier den kollegen Ich probiere es jetzt einfach nur mal kurz aus Weil das Ulm-Kind Ja Ich gehe auch auf eure Kommentare ein, so ist es nicht Ich gehe auch auf eure Kommentare So 27 Runden haben wir noch Ich gehe auch auf eure Kommentare Gut Also 402, okay Und Flugzeug 205 habe ich mir auch aufgeschrieben Und dann kann ich mir auch auf eure Kommentare ein, so ist es nicht Ich gehe auch auf eure Kommentare Und dann kann ich mir auch auf eure Kommentare Okay. Gut. 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 Okay, gut. Lass uns da nicht drüber reden, wir starten neu. Ich habe den Fehler entdeckt. Weil, ich werde einmal hier, ich habe jetzt zwei Kollegen hier stehen. Das war's. so den mache ich jetzt auf hotshot weil der kann halt hier bleibloods platzen lassen macht halt sinn und den anderen machen wir dann 402 wenn nicht sogar alle ja ich habe nicht drüber nachgedacht aber gut passiert gut dann haben wir die jetzt erstmal soweit gut Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich sag mal so, alle guten Dinge sind drei, ciao mit Frau Robin, Tschüss.